Musik Das ist gut. Wiedersehen. Vielen Dank. Ja, 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 ja. Das ist eine neue Kamera. Ich schreibe. Die Kamera von der Kamera. Die Kamera ist hier. Die Kamera sieht aus. Sie sagt aus. Das schaut mal an. Jetzt geht es mit der Kamera. Das ist es so gut. Die Kamera. Ja, 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 ja. Einfach nur die Kampagne. Vöre nach der Kamera. Vöre nach der Kamera. Doseh-Nunzehke. Sehr gut. Sehr gut, Chef. Produkt. Doseh. Derseh. Die Kampagne. Derseh in den Tag. Derseh. Die Kampagne. Derseh. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist der Fall. Ja, ja. Es ist ein Produkt, Royal Honey. Es ist ein sehr guter Produkt, es ist ein Herbal-Produkt und es gibt keine Side-Effekte von diesem Produkt und es erhöht unsere Immunität, es erhöht unsere Sex-Enhancement, es ist ein Anti-Aging-Produkt und es erhöht unsere Cholester-Level. Es gibt so viele Benefits von diesem Produkt. Das war sehr sensuell. Du hast mich gemütlich gemacht, wenn ich einen anderen Tag habe. Das ist die erste Mal, dass ich etwas sehr sensuell gemacht habe. In Print, in Print, ich habe einen Kalender, Jewellery-Kalender mit Kamasutra-Them. Aber das ist die erste Mal, dass ich eine Sensuell-Brand habe, mit einem Mann. Es ist nicht einfach, weil wir uns nicht mehr kennen, wir haben uns jetzt zu kennen. Okay, über die Produkte, ist es für alle Economical oder ist es sehr günstig? Es gibt viele Kompeten in der Markt. Ja, sie sind. Was ist die Kosten für die Produkte? Ich weiß nicht, wie es die Kosten für die Produkte ist. Ich weiß nicht, wie es für 600 oder 700 Euro ist. 1 Saische? 1 Saische, ja. Es ist 12 Saische in dieser Box. Aber es ist sehr gut und sehr benötig und sehr starker als andere Produkte, die bereits in der Markt sind. So... Okay, and last question to you. Do you think people watching this ad, will you be able to get some offer from their side? We don't even think that way. I don't plan my career. I just take each day as it comes. Because planning, whenever we do it, we always fail. And you know, it never works out the way we plan. So I take each day as it comes. And I keep doing my work. And that's about it. And are you going to use this project? Personally, both of you. Are you personally going to use this project? Or are you just endorsing the project? As of now, we don't need it. But I will try. I'll try this project. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.